Schlafen die Bündner so gut, weil sie so bedschiefig sind, oder sind sie so bedschiefig, weil sie so gut schlafen? Gute Frage. Da muss ich glaube ich das erste Mal eine Nacht drüber schlafen. In Graubünden schläft man besser. Überzeug dich selbst, in deinen Ferien oder beim Grossen Bündner Wettschlafen.